Hallo, mein Name ist Alex Fischer und hier in diesem Video geht es um die Definition des Wortes Beleihung. So, was ist Beleihung? Beleihung ist praktisch, dass die Bank einen Kredit gibt und dafür eine Sicherheit bzw. einen Pfand möchte. Beleihen bedeutet, dass es ein Wertgegenstand vorhanden ist, der wird der Bank als Sicherheit zur Verfügung gestellt und dafür gibt sie einen Kredit. Als Beispiel bei der Immobilie, dort würdest du zum Beispiel eine Immobilie über 100.000 Euro kaufen, würdest dann eine Grundschuld eintragen und diese Grundschuld an die Bank abtreten und das wäre dann eben die Beleihung dieser Immobilie. Du kannst allerdings auch noch andere Sachen beleihen, wie zum Beispiel Aktiendepots oder Lebensversicherungen oder auch dein Sparbuch. Beleihen würde also bedeuten, dass du dein Sparbuch, deine Lebensversicherung oder dein Aktienfonds nicht auflösen brauchst, sondern dass du sie einfach abtrittst, also das heißt, du übergibst sie einfach der Bank und stellst deine Rechte der Bank zur Verfügung. Das kann gerade bei Aktiendepots sehr sinnvoll sein oder auch bei Lebensversicherungen, weil bei Lebensversicherungen gibt es Schlussüberschüsse bzw. bei Aktiendepots sagt man zum Beispiel, hm, möchte ich nicht verkaufen, wird steuerfällig etc. Aus diesem Grunde würde man dann die Abtretung nutzen, also das Übertragen auf die Bank der eigenen Rechte zum Zweck der Beleihung, also dem Herstellen von Sicherheiten für die Bank, sodass sie einen Kredit gibt. Ein Tipp noch, ich habe ein E-Book rausgegeben, ein komplettes Immobilienlexikon der Grundlagen, dort sind die 350 wichtigsten Begriffe ganz einfach definiert. In der Definition findest du kein weiteres Fach Chinesisch, das kannst du dir kostenlos downloaden auf meiner Seite alex-fischer-duesseldorf.de. Dort findest du übrigens auch noch hunderte von Videos zu den Themen Immobilien, Finanzen, Finanzierung, finanzielle Freiheit. So, jetzt bedanke ich mich bei dir. Vielen Dank fürs Zuhören, dein Alex Fischer.